Als ich euch vor einigen Wochen Kartoffelbevorratung durch Einkochen vorstellte, bekam ich die Frage gestellt, warum um alles in der Welt kocht man Kartoffeln ein? Und seinerzeit versprach ich euch, euch zu zeigen, was ich aus eingekochten Kartoffeln zum Beispiel alles mache. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kokstum mit Kalle. Herzlich Willkommen! Stellt euch mal vor, das Enkelchen kommt zu Besuch und sagt, ich habe so einen großen Hunger und ihr habt gerade überhaupt so gar nichts da. Und dann fällt euch ein, oh, ich habe ja vor einiger Zeit auf Kalle gehört und habe Kartoffeln eingekocht. Wer das noch nicht gemacht hat, hier oben geht es zu dem Video und zur Anleitung. Aber nun setzt dem Enkelchen einfach nur gekochte Kartoffeln vor. Hm, da würde ich auch ein bisschen schäl gucken. Aber frittiert ist schon was anderes. Frittierte Kartoffelecken aus eingekochten Kartoffeln, dazu ein bisschen Ketchup oder meine selbstgemachte Mayonnaise und das Enkelchen ist zufrieden. Für ca. 4 Portionen benötigt ihr 2 Gläser eingekochte Kartoffeln, ca. 500 Gramm pro Glas, 3 Liter Frittierfett oder Speiseöl und Pommesgewürz. Kurzer Hinweis, wenn ihr tatsächlich nur eine einzige Portion machen wollt, dann benötigt ihr natürlich deutlich weniger Frittierfett. Einfach nur einen kleinen Topf, eine Schaumkelle und dann könnt ihr die frittierten Ecken damit aus dem Topf herausholen. Und hier oben kommt ihr zu meinem Video, wie ihr bestes und hervorragendes Pommesgewürz selber machen könnt. Und dann geht auch schon alles ganz schnell. Kartoffeln werden abgeschüttet, dann werden sie ein wenig kleiner geschnitten, eben in Kartoffelecken. Da sie ja bereits eingekocht, also auch vorgekocht sind, entfällt das, wie etwa bei den Pommes selber machen. Also muss jetzt nur noch die Fritteuse angeschmissen oder ein Topf mit Frittierfett aufgesetzt werden, heiß werden lassen. Und die Kartoffelecken bei 130 Grad so lange frittieren, bis sie schön goldgelb und kross sind. Dann noch einen Teller anrichten und etwas selbstgemachte Mayo dazu. Hier oben seht ihr im Übrigen das Video, wie ihr selber Mayonnaise machen könnt. Und wenn ihr dann zufälligerweise auch noch zwei Eier und 50 Milliliter Milch habt, dann könnt ihr auch noch ein schickes Rührei dazu machen. Das ist zum Beispiel ein Lieblingsessen von uns, wenn es mal schnell gehen muss. Also ihr seht, das Ganze schmeckt nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen. Jetzt noch ein paar getrocknete Schnittlauchröllchen oben drauf, damit das Ganze schön angerichtet aussieht. Und dann ist eine schnelle und sattmachende Mahlzeit auf dem Tisch. Ich denke, euer Enkelchen wird sich darüber oder auch einfach nur über die frittierten Kartoffelecken freuen und es sich schmecken lassen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.